Da mein Kanal-Trailer schon etwas älter ist, dachte ich mir, wir machen jetzt einmal einen neuen. Als erstes aber begrüße ich euch alle herzlichst auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal findest du hauptsächlich Videos oder Livestreams über Pokémon Go, Pokémon Schwert und Schild und ab und zu auch mal Nasslocks. Doch ich würde das Ganze gerne etwas abändern, aber keine Sorge, jeden Mittwoch findet ja die legendäre Raidstunde bei uns hier live statt. Diese bleibt natürlich. Doch so würde ich gerne, wenn es zeitlich passt, den Sonntag wieder zu einem Shiny-Hunt-Livestream machen, wo wir Pokémon Schwert oder Schild spielen und Pokémon Go laufen lassen. Davon hier habe ich jetzt zwar nichts, aber ich werde auch versuchen, ab und zu Pokémon Pack-Openings hochzuladen, da ich momentan echt im Pokémon-Karten-Hype bin. Die Pokémon-Tipps- und Tricks-Videos, die ich montags immer hochlade, würde ich auch noch gerne etwas beibehalten, da diese sogar sehr gut ankommen. Ich muss allerdings jetzt auch noch ein anderes Thema ansprechen und zwar hatten wir eine Pokémon Y-Nasslock hier laufen. Diese werde ich nicht mehr weiterspielen oder Let's Playen, sondern irgendwann mal als einen Livestream komplett durchziehen. Doch kommen wir jetzt mal zu den neuen Spielen, die angekündigt worden sind. Und zwar kommt ja dieses Jahr auch noch Pokémon Unite raus. Dieses Spiel kann jeder spielen, der ein Smartphone oder ein Nintendo Switch besitzt. Pokémon Unite besitzt einen Multiplayer-Modus und wir können es hier tatsächlich zusammen zocken. Die nächsten Spiele der Hauptreihe, die angekündigt worden sind, sind Pokémon Diamant und Perl als Remake und diese werden wir selbstverständlich hier auch spielen. Kleiner Edit am Rande, mit diesen Teilen werde ich auch wieder das VGC, sprich Competitive anfangen. Also werden wir auch wieder hier PvP-Videos hochladen. Doch die große Bombe kommt 2022 erst und zwar Pokémon Legends Arceus. Dieses Game werde ich auf jeden Fall zocken, weil es sieht einfach nur ultra genial aus und wir erfahren auch etwas mehr über das Pokémon Arceus. Das hier war auch schon mein kurzer Kanal-Trailer bzw. das Video, worüber wir mal kurz drüber reden, was jetzt dieses Jahr noch alles kommt. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns irgendwann im Stream wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.